Halli Hallo und Hallöchen wir sind hier wieder mit Banjo Kazui und ich hoffe dass ich mit meiner ollen Steuerung klarkomme denn ich musste den Emulator deinstallieren und wieder neu installieren und naja da war auch meine ganze Steuerung futsch und ich hoffe ich komme jetzt mit der neuen komm ich jetzt halbwegs zurecht ja ich zu Recht kommt also los also es geht los also los dann vermisse also er fängt schon wieder an die Kamera nicht dringend egal rein in Freezy Peak was diese Welt hat einen neuen Move für euch bereit natürlich finden wir da war eine goldene Feder auf dem Iglo und oh mein Gott es ist nie los oh ich kann pokern heulende kleine Bären weg heul wo sind die Geschenke unser Papi Boogie wollte uns etwas mitbringen und ist schon so lange weg heul 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 na gut dann dann nehm ich mich mal an mir so ein Boogie finden oh ich will auf das doofe Iglo getroffen Moment so müsste es klappen ja juhu goldene Feder viele Federeier so ach und was ich noch sagen wollte ich habe mich jetzt dazu entschlossen Prozent kein 100 Prozent Prozent mehr zu machen aber ich habe solche Bauchschmerzen ich hätte diese Funkel sind ging nicht vorbauen sollen bitte hilft dem Armbruch die Auer aber das ist also Prozent wo ich genau ich werde keine Prozent für die Schmerz weil ich es anfangs völlig vergessen habe dass wir auch noch diese Siebzeiten einsammeln können Prozent die will ich auch nicht einsammeln weil ich das Spiel gerne ohne weitere Cheats durchspielen würde und dadurch dass ich die nicht einsammeln wird es sowieso kein 100 Prozent Prozent mehr deshalb Prozent was man das nach sie Prozent Prozent deshalb werde ich auch um die ganzen Honig war nur so einsammelt wie sie kommen aber ich werde weiterhin alle Noten und alle Puzzleteile einsammeln gut zu viel dazu damit ihr Bescheid wisst zu ihr helfen dem ersten mal indem wir den auf den Bauch latschen so schon mal nicht dass das das war doch so ne doch klar müsste gewesen sein meine Fresse bleib doch einfach mal auf den scheiß Eisbären stehen bleib doch einfach mal auf den scheiß Eisbären stehen ne das war so hä oder auch nicht okay dann eben nicht hey wie war denn das wei rutschen ne oh ja dankeschön scheiß Schneemann gut noten noten man okay ich kann meine Kamera zur einen Seite wenden aber nicht zur anderen das sollte man noch einstellen am Gamepad vielleicht das ist ja grausam ja klar lassen wir uns erstmal vom hässlichen Schneemann treffen ja klar also Leute ich kein Moment ich was mal diese Steuerung noch mal komfortabler so äh komfortabler hab ich die Steuerung jetzt nicht gekriegt aber ich weiß jetzt wo ungefähr welcher Knopf ist gut äh kann man hat er hier meine Güter da 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 Ich fülle jetzt aus mir den neuen Move. Von Buddles. Wo 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 wo. Rutschgefahr. Ich hab noch ein Ich kann Poker gekriegt. Boah alter. Das ist gemeingefährlich. Alter. Alter. Genio. Bottles. Hui. In dieser Tage wirst du die Könige der Lüfter Kazooie. Klingt super. Erzähl mehr Blindschleicher. Wenn du fliegst, drücke den B-Knopf, um im Sturzflug auf ein Ziel herabzuschießen. Ziel genau, denn jeder Versuch kostet eine rote Feder. Jetzt kennt ihr alle Moves, die ich euch in dieser Welt beibringen wollte. Wollte. Konnte wohl eher. So. Hoch, 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 hoch. Und jetzt kann man einen schönen Sturzflug machen. Jetzt kann ich diese ganzen Schneemänner endlich mal wegpusten hier. Boah. Luftangriff. Oh! Schießert! Schießert! Oh! Toil nicht getroffen. Bam! Ha! Was ist das denn davon? Bäm! weg ich nehme dagegen eine zeit ziemlich auf die nerven da werde ich jetzt alle eliminieren ausradieren werde ich sie aber nicht so ungefähr und auch nicht so der war daneben ich mache nicht erwarte ich die alten schnee ausradiert hat ist das wasser zu kalt wenn du dann bleibe lieber draußen ich brauche ein paar rote federn die es ist der Klasse diese die ein Schützschied der mit zur Weihnachtszeit spielen müssen nur kommt Zeit ein bisschen verspätet das war nicht der Weg verdammte Scheiße Aja wenn unser Gamepad das ist wieder eine Liebe hier die kann man nicht übertreffen Alter hat er mich doch nur getroffen ich glaub's nicht ja mann ey noch einer Orden viele scheiß Schneemann stehen hier noch rum das ist jetzt der letzte Schneemann ihr seid ziemlich nervig total nervig ihr seid so voll nervig und ich hab den Schneemann voll verwählt so jetzt wird sich das Fliegen auch im Übrigen sehr beschleunigen Bäm endlich meine Frise hat ja lang gedauert und wir kriegen dafür ein Puzzleteil Wahnsinn das hole ich mir gleich haben will haben will haben will haben will fast keine Feder mehr habe fast keine Finger mehr haben weee und unser ist das Puzzleteil und diese Noten muss ich scheiße vorsichtig einsammeln ich hab keinen Bock hier runter zu fallen immer schön vorsichtig oh fuck ey leck mich die 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 letzte müsste das jetzt sein so alles klar sollte die letzte Wesen sein nein warst du auch noch nicht aber du bist jetzt die letzte oder nein immer noch nicht aber jetzt haben wir die letzte weee so wir kommen hier am besten runter und die das die die hier noch irgendwas anderes interessantes außer ein paar Eier was ich natürlich einsammeln möchte. Scheint mir A zu geben. Ach, die sammle ich jetzt ein. Scheiß drauf. Ich überlege gerade, ob ich doch ein Cheat benutze. Das ist der Cheat Red Feathers. 50 Vätern sind schon ein bisschen arg wenig. Kling, 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 ich bin ein Geschenk, mache traurige Bären, glücklich, kling, kling. Dann mach mich glücklich. Los, hopp. Nicht glücklich bin. Glücklich, weil ich sein will. So. Haben wir auch unser erstes Geschenk gleich einkassiert. Und auf der Nase des Schneemanns ist eine Flugplatte, die wir nicht benötigen. Ich werde jetzt den Schneemann nämlich heruntergehen und dabei alles einsammeln, was mir so in die Quere kommt. Und ich sehe nichts. Das ist nicht schön. Jetzt sehe ich wieder was. Oh. Sind doch noch mal Flieschen. Da ist ein Jinjo-Zwei. Ja gut, dann müssen wir doch noch mal fliegen. Ich bin jetzt so neustes Geschenk. Scheiße. Oh. wiii und frei vorbei wiii 4 4 4 4